Hier die nächsten Abfahrtszeiten. Linie 44 Missil Hauptbahnhof in 15 Minuten. Linie 602 Missil Kleinschwarzenlohe in 15 Minuten. Linie 57 Missil Fischbach Bahnhof in 16 Minuten. Linie 55 Missil Meistersinger Halle in 17 Minuten. Linie 68 Missil Gustav Adolfstraße in 19 Minuten. Es ist der 16. Februar 2023, 16 Uhr 32.